Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutscheler und hab ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so ein kleines Chief Ring Guide präsentieren. Heute geht es wieder um einen Erfolg hier aus der Zone Ceramortis. Und zwar schimpft sich der einmal kosmische Ermächtigung und den finden wir einmal unter Erkunden und dann Shadowlands. Dafür müssen wir folgendes machen. Nutzt die Schiffre der ersten, um einen von Antoros Zerstörungskern zu läutern. Und wie das funktioniert, will ich euch mal zeigen. Als allererstes braucht ihr einmal eine bestimmte Skillung hier. Und zwar braucht ihr hier in der letzten Reihe bei Wallonisch das erste Verständnis des Wallonischen. Und wenn ihr das geskillt habt, dann könnt ihr bei dem World Boss, der hier gerade hinter mir seine Sachen macht, der ist übrigens hier, ich zeige es euch mal auf dem Map, hier oben auf den Koordinaten 49-7, mit diesen Kugeln interagieren. Und bei den Kugeln ist es so, da müsst ihr einfach hin, draufklicken und dann könnt ihr die läutern. Und wenn ihr die gelautet habt, dann gibt es hier eine positive Fläche, dann gibt es so ein bisschen mehr Schaden. Also wenn ihr den Boss normal spielt, ist das auch praktisch. Und wenn ihr eine Orb gelautet habt, dann kriegt ihr dementsprechend das Achievement. Und mehr müsst ihr tatsächlich gar nicht dafür machen. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv werdet. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Telaha, bis dann, ciao! Bis dann, ciao!